Hallo, ich bin der Prinz Ufuri aus Berlin. Ich bin 25 Jahre alt und ich bin Mitglied und Gründer der MyK Family. Hi, ich bin Christian Leclerc aka Prinz Mio von der Animatronic Crew. Ich bin Tänzer und Medienkünstler. Als Streetdance liebe ich eigentlich am meisten wirklich die Community. Also man ist wirklich eine Riesenfamilie, man lernt voneinander, man passt aufeinander auf. Bei den meisten Styles in Streetdance geht es darum, Kraft zu sparen. Es geht darum, Kraft zu sparen, damit man so lange und so perfekt wie möglich sein kann. Bei Grum geht es darum, die Power rauszuholen, bis man gar keine Luft mehr hat. Auf einmal schießt irgendeine Kraft durch deinen Körper und das nehmen wir dann Trance. Und die Leute um dich herum haben alle Gänsehaut auf einmal und jeder schreit rum und ist Support. Was ich daran liebe ist eigentlich, dass es mir die Möglichkeit gibt, komplett neue Figuren zu erschaffen, zum Roboter zu werden, mich wie ein Roboter zu fühlen. Hip-Hop hat für mich bewiesen, dass der Mensch dazu in der Lage ist, ohne akademische Vorbildung, ohne wahrscheinlich allgemein sehr, sehr wenig Bildung, einfach nur Kunst aus dem Boden heraus zu stampfen. Das finde ich spannend. Mitmachen, ohne sich selbst zu richten oder zu werten oder von anderen nicht richtig zu werden. Einfach tun, 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 tun und das mit anderen zusammen. Bei den Workshops geht es eigentlich darum, den Leuten ein gewisses Gefühl beizubringen, nicht die Schritte, weil die Schritte gehen nach Hause und die vergessen die wieder. Das Gefühl macht den ganzen Tanz aus. Okay? Und das Gefühl möchte ich jetzt von jedem Einzelnen von euch sehen. Ein Einzelnen von euchärchen. Ich let mir auch in dem Alter. Ich lebe auch nach Hause und der康부ern. Ich lebe dich einfach aus, wie du denkst, Und wir wo Silben alles mitуй- sud denn alles mit тебе aus? Ich baue Computerprogramme, die mit einer Kamera funktionieren. Durch diese Kamera wird dieses Programm gespeist. Sie guckt sich das Bild an und analysiert, wie und wo ich mich bewege. Ich suche mir eigentlich somit Möglichkeiten, wie ich an der Schnittstelle zwischen dem Körper, der tanzt, und der Maschine irgendwie Überlappungen finde. Ich glaube, dass im Hip-Hop erlaubt ist, dass man seine eigene Zukunft definiert. Und das gefällt mir so. Ich baue ein paar Momente. Ich baue Feuer mit 5.8 Uhr. Ich baue ein paar Mal. Ich baue das Geister. Ich baue das Geister. Ich baue das Geister. Ich baue das Geister. Vielen Dank.